... auf seine einzigartige Art und Weise unterschiedlich funktioniert und im Gesamtkörper macht das total Sinn, denn wir brauchen einander und das ist auch nicht so. Wir haben nämlich die Wahl, ob wir die Unterschiedlichkeit als Geschenk betrachten oder sie verachten und wir haben auch die Wahl, welchen Worten wir Glauben schenken und ob wir andere oder auch uns selbst damit ermutigen oder verletzen. Gebt auf eure Zunge Acht, denn sie kann sehr viel Gutes bewirken, aber auch ganz schön Schaden anrichten. Wer hat dir erzählt, dass er besser sei als du? Niemand auf der Welt hat das Recht dazu. Und bevor wir diesen Titel gleich hören werden, sagt doch bitte nochmal, wie habt ihr euch in das Projekt eingebracht, welches Instrument habt ihr gespielt, wie ging es euch damit? Also ehrlich, das war schön und das gefällt mir sehr, dieses Lied. Das habe ich gespielt auf Persisch. Und Flöte hast du gespielt, wunderbar, ne? Ja, genau. Ich war Oponialistin und ich habe unseren Star-Gitarristen organisiert. Genau. Ja, ich war der Hauptstimme, ich habe den Strohchen mitgespielt. Ich habe Karin und das Telefon gespielt. Vielen lieben Dank an dieser Stelle an euch. Mit euch macht Arbeiten echt Spaß. Und nun, wer hat dir erzählt? Und jetzt. Und jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020